Hallo, grüß euch! Weil ich ja jetzt bald vor den Tisch hängen, im Herbst zu immer wollen, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und habe mir gedacht, hörst, eine Partei kannst du eigentlich auch mit einem Wirtshäusler vergleichen. Wenn du ein gutes Wirtshäusl kennst, wo der Wirt allen Leuten zuhört, gut mit denen er redet, die Küche einen super Schweinsbraten mit Gnädel und Salat auf den Teller aufhauen und die Kölnerin den super freundlich serviert, in so ein Wirtshäusl, da gehst du hin, da fährst du schon, da fährst du ins tiefste Waldhülle raus, dass du so ein Schweinsbraten kriegst und fährst du über das Wirtshäusl. Hast du hingegen ein Wirtshäusl, wo der Wirt nur auf die Promi-Gäste schaut und da ein Promi-Gäste interessiert ist? Die Küche, Brenzwerner Schnitzel mit einem verwöchten Salat auf dem Teller, Klatschen und eine Zwiederwurzeln als Kölnerin, das serviert, da gehst du in so ein Wirtshäusl? Nein, sicher nicht. Du gehst in eine Wirtshäusl, wo es dir schmeckt, wo die Leute, wo der Wirt, die Kölnerin freundlich sind und wo das Preis-Leistungs-Verhältnis stinkt, gell? Na wunderbar. Gehen wir im Herbst dann wohl. Prost!